Die Telekom buddelt, was der Bagger hergibt. Wir bauen Glasfaser in ganz Deutschland überall und ich teste heute, wie wir in die Haushalte kommen, wie das genau praktisch funktioniert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tim Testen. Hier liegen sie irgendwo, die Milliarden, die wir verbuddeln. 700.000 Kilometer Glasfaser haben wir mittlerweile in Deutschland verbaut. Draußen in den Wohngebieten, da stehen die grauen Kästen. Das sind die sogenannten Netzverteiler. Und von da aus geht's in jeden Haushalt. Ich habe den Schlüssel. Übrigens, der Netzverteiler verbindet die Vermittlungsstelle mit den einzelnen Haushalten. Ganz schön bunt hier drin. Jeder Haushalt hat seine eigene Farbe. In Deutschland haben wir mittlerweile sechs Millionen Haushalte damit verbunden. Im Moment schließen wir bis zu drei Millionen Haushalte an das neue Netz an. Von hier aus buddeln wir uns sozusagen bis in jede Wohnung. Also, auf in den Tiefbau. Hier in Deutschland, 90 Zentimeter tief, müssen die Kabel im Boden verbaut werden. Das ist aufwändig und das ist teuer. Andere Länder machen es anders. Zum Beispiel von Mast zu Mast. Das ist dann Fiberspaghetti. Bei uns, das Glasfaser muss in den Boden. Und das mache ich jetzt. Zunehmend wird in Deutschland verstanden, dass man nicht unbedingt ganz tief muss. 40 Zentimeter reicht in vielen Fällen auch. Da, wo wir Minder-Tiefe bauen können, wird der Ausbau günstiger und vor allem schneller. Zum Beispiel das letzte Stück bis zum Haus. Da wird das Glasfaser 40 Zentimeter tief nur verbaut. Und jetzt kommt der berühmte Hausanstieg. Dafür müssen wir an die Fundamente. Damit das Glasfaser sicher ins Haus gelangt. Draußen sind wir fertig. Jetzt müssen wir aber den Hausanstieg bohren. Das kann jetzt laut werden. Was muss, das muss. Perfekt. Hallo. Da ist jemand. Diese Mauerdurchführung wird bei uns durch Plastikringe isoliert. Gleichzeitig wird eine Muffe vorne und hinten aufgesetzt und ein entsprechender Dichtungsschaum stellt sicher. So bleibt die Qualität des Hauses top. Diese Einblasmaschine ermöglicht das Glasfaser fast vollautomatisiert bis zum Haushalt einzublasen. Die Maschine kann erkennen, ob es um die Kurve geht, ob Widerstände entstehen und gleichzeitig treibt sie das Glasfaser mit 100 Meter pro Minute voran. Dieses Glasfaser werde ich jetzt einblasen. Dafür nehme ich das Kabel, setze es an die Einblasmaschine an, gebe es durch die Antriebsrollen. Wir fangen erstmal langsam an und los geht's. Hier wird jetzt mit 30 Meter pro Minute das Glasfaser durch das Leerrohr bis zu unserem Haushalt durchgeblasen. Was ist eigentlich das Besondere an der Glasfaser? Erstmal ist die Glasfaser so dünn wie ein menschliches Haar. Auf der Glasfaser werden die Informationen, die Daten mit Lichtimpulsen übertragen. Lichtgeschwindigkeit bis zu 300.000 Kilometer pro Sekunde ermöglicht natürlich enorm große Datenvolumen und sehr schnelle Reaktionszeiten. Aber Glasfaser hat einen weiteren Vorteil. Es ist nämlich umweltschonend. Es verbraucht weniger Strom als das alte Kupfernetz. Und das ist gut für die Umwelt. Die OneBox ist gut vorbereitet. Die hat nämlich bereits den Anschluss für den Router. Und gleichzeitig hat sie ein Glasfaser, was jetzt verbunden wird mit dem Glasfaser von der Straße. Dafür müssen wir spleißen. Bei hohen Temperaturen müssen die beiden Enden miteinander verschmolzen werden. Wir hatten einen Versuch, da hat es nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Wir haben nur noch eine Dämpfung von 0,03. Wir haben ja den Hausanschluss schon gelegt. Die Leitung ist nach oben geführt. Wir haben ein spezielles Kabel bei dem Smart 4 Plus Router, was wir dann hier mit dem Router verbinden. Dann das Stromkabel und schon synchronisiert sich unser Router mit dem Internet. Den Router niemals hinter dem Aquarium verstecken. Den Router niemals in einer Kiste oder im Schrank ganz schwer verbauen. Es ist wichtig, dass der Router überall leicht sichtbar ist, damit die Bandbreite über Wi-Fi für jeden erreichbar ist. Warum ist Glasfaser so wichtig? Wir brauchen für eine digitale Zukunft, eine moderne Zukunft, hohe Bandbreiten und schnelle Zugriffszeiten. Und das nicht nur im Geschäftskundenbereich, sondern auch in den privaten Haushalten. Aber die Glasfaser ist auch ein komplizierter Prozess. Wir haben es gesehen. Von der Vermittlungsstelle zum Netzverteiler, vom Netzverteiler durch die Straße bis zum Haus, der Hausanstieg in den Keller und dann die Inhouse-Versorgung. Dafür brauchen wir Talente. Wir brauchen gute Leute, die uns helfen, diese technische Leistung zu machen. Tausend davon haben wir bereits neu eingestellt. Und wir brauchen auch Kapazitäten im Tiefbau. Aber wir müssen auch die Frage stellen, wie wir intelligenter, smarter, effizienter diese Infrastruktur bauen. Wie können wir Spleißen einfacher machen? Ich schaffe es nie, im ersten Schritt den Spleißvorgang erfolgreich abzuschließen. Oder wie schaffen wir es auch, die öffentliche Hand, die Bürger davon zu überzeugen, dass man nicht 90 Zentimeter in die Tiefe braucht, sondern dass wir hier 40 Zentimeter Tiefe schneller und übrigens viel schonender auch für den Garten und die Umwelt sind. Das alles gesagt zeigt mir, wir sind auf dem richtigen Wege. Wir werden nicht müde werden, die Zukunft, die Glasfaser-Zukunft von Deutschland zu gestalten. Wir packen es an. Ich hoffe, Sie bleiben immer optimistisch. Ich lege jetzt den nächsten Anschluss. Endlich Bizeps-Training hier auf der Baustelle ist natürlich eine Erdrakete. Diese Erdrakete benutzen wir als alternative Verlege-Methode, um von der Straße unterirdisch bis zum Haus zu kommen. Hier wird heute gebuddelt. Ich kann weiter üben. Die ist höllisch schwer.